Herzlich Willkommen zurück bei Straßenmeisterreiß-Simulator. Sichern, planieren und markieren. Wir setzen fort. Vor dem Abfahren immer schön die Ladeklappen schließen. Ein guter Hinweis. So schlau bin ich auch. So dann gehen wir mal zum Büro. Bäume beschneiden. Auf der Bundesstraße ist ja kaum noch ein Durchkommen. Überall hängen Äste im fahrbaren Bereich. Hole das Allschneid-Allzweck-Fahrzeug mit dem Sägeaufsatz und beschneide die betreffenden Bäume. Wenn du damit fertig bist, kommst du wieder zum Werkhof. Nun mach schon. Nun mach schon. Dann mach das Tor auf. So. Und los. Erstmal Tor auf. Und los geht's. Bäume beschneiden. Jawoll. Dann lass uns mal hinfahren zum Baum. Tja, nur fünf Bäume. Ich glaub das geht wieder flott. Das Ganze. So, da ist es auch schon. Aktiviere. Achso. Das Ganze können wir mal in dieser Perspektive machen. Fällt auch mal ganz cool. Okay. Und los geht's. Machen wir mal in dieser Perspektive hier. So. Ding, 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 ding. Das ist Baum 3. Genau. Ah. Richtig ein Abstand. So, wieder ein Dingsen hier. Okay. Öffne die Ladeklappe. Okay. Und die Äste aufladen. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Hä? Jetzt. Ja, aber jetzt wird die ganzen Äste wieder aufladen hier. Wie ich sag zum Tiergarten. Können wir da hinfahren, oder? Ja, genau. Dann müssen wir nicht so weit fahren. So. Nehmen wir hier mal mit. Zack. Ja, so ist es doch viel besser. Ja. Okay. Auf zum Hof. Die Äste wieder abladen. Auf geht's. Auf geht's. Hier reinfahren. Und gleich dahinter. Und gleich dahinter. Äh. Das ist hier, oder? Ja. 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 Jetzt ist ich hier. Da hinten ist es. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Ost, recht. Da sind's. alle erste rein und da müssen wir wahrscheinlich wieder das auto parken kann mal gucken wie das hält wie immer wie immer wie immer okay und wieder rein in die garage sehr schön abgeschlossen wir haben säge freigeschaltet errungenschaft sieht man jetzt nicht aber ich sehe es streckenrand säubern was für eine schweinerei an der landstraße hat sie jede menge müll angesammelt der dort verschwinden muss laden müllsäcke und müll greife auf dem britschen wagen und fahre ins einsatzgebiet sammle den müll auf und entsäuge in den müllcontainer am berghof das hat mir alles schon mal aber egal es macht ja trotzdem spaß materiallager und die müllsäcke holen mal auf da sind sie wieder mal und den greifer brauchen wir auch wahrscheinlich ne diesen müll greifer weiß ich genau wie der heißt ach müll greifer ja da steht es ja da oben steht ja alles da okay ne stopp müll greifer holen jetzt müssen wir zum einsatzort jetzt das auto ist ein bisschen leise als wie das andere schon mal gut und wir sind geradeaus fahren ach ja ganze müll einsammeln huch da ist es schon park am einsatzort wo denn achso ok da passt es ja so achso wir sollten hier das einschalten ok müll greifer und wo ist es jetzt ach hier nimm leere müllsäcke achso gut jetzt geht's los mein gott die leute können nicht aufpassen ne 20 müll meine fresse da war auch was so da ist auch noch müll auch noch eine leere chipstüte das ist ja noch schlimmer wegen dem ganzen kunststoff und so und plastik dosen sind auch schlimm ja sei doch chips noch wo da ist müll nie liegt müll nun wieder voll jetzt müssen wir schon weitere strecke laufen aber es geht noch solange wir rennen können ist alles easy jetzt wird ja den müllsack hält lustig ok na hoffentlich reicht das sack noch ich hab nur noch einen das reicht oh schauen wir mal muss ja ne wir müssen noch vier müll aufsammeln viermal muss ja reichen ne was ist der quatsch so hier liegt müll immer dasselbe hier da flaschen unglaublich unglaublich aber jetzt ist sauber wieder jetzt kann man hier wieder schön entlang laufen auch mit dem hund spazieren gehen oder joggen wie auch immer und die saubere natur genießen die ich sauber gemacht habe ich ihr dreck schweine so auf zum werkstoffhof oder zum werkhof nicht werkstoff die ganze mühsäcke wieder abladen so wir können hier mal genau beholen und auf zum hof hui so das müssen wir da hinten natürlich reintun ok ja den müssen wir da drüben hinbringen wo war die ablage hier dann fahren wir hier lang gleich mal hier lang zack greifer nehmen ablegen was was ist jetzt los hallo was hä das ist ein fehler oder ähm ja der kopflose nick von harry potter äh sind wir jetzt nicht im hohspiel oder wat hallo ich glaube das ist ein fehler das ist ein bug das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein oder ok dann sag ich mal bis zum nächsten mal wir verabschieden uns mit diesem bild ne und bis zum nächsten mal hier bei straßenmeisterei simulator bis dann tschüss bis zum nächsten mal étais bis zum nächsten mal